Die dritte Fußballliga startet am Freitag mit dem Ostderby Rostock gegen Halle. Zu einem weiteren Osttreffen fährt der FSV Zwickau am Samstag nach Magdeburg. Rein tabellarisch gesehen ein Nachbarschaftsduell mit Brisanz. Bei den geringen Punktabständen ist jeder Zähler sowohl für die Rot-Weißen als auch für die Blau-Weißen sehr wichtig. Für die weitere Punktejagd hat sich unterdessen der FSV Zwickau Verstärkung geholt. Von der Spielvereinigung Greuther Fürth kommt Can Kuskun an die Mulde. Der 21-Jährige soll den linken Flügel verstärken, nun aber zum Duell FCM gegen den FSV. Die FSV-Mannen um Kapitän Johannes Prinkis sind fit aus dem Trainingslager zurück. Dort seien sie nach Meinung von Trainer Joe Enox noch enger zusammengerückt. Schließlich haben die Spieler 24 Stunden aufeinandergehockt, umriss er mit einem Lächeln. Nun stehen noch 18 Spieltage vor der Brust. 54 Punkte können dabei geholt werden. Ausgehend von der gegenwärtig engen Tabellenkonstellation ist jedes Pünktchen wichtig und wünschenswert. Natürlich ist die Liga sehr eng, sowohl oben als auch unten. Und deswegen, die Punktzahl von letzter Saison, diese 42 Punkte, waren uns halt Gold wert. Diese Saison kann es noch enger werden. 46 Punkte haben nicht ganz gereicht für Cottbus letzte Saison. Es kann halt ähnlich so sein. Und deswegen, wir schauen halt erstmal Spiel zu Spiel. Meine Einschätzung ist, dass diese 46 Punkte, die müssen wir knacken, wenn wir halt Sieger sein wollen, die Liga zu halten. Der FCM zeigte vor der Winterpause aufsteigende Tendenz. Die Resultate der Muldestädter können eher als durchwachsen bezeichnet werden. Da käme ein positives Erlebnis beim Rückrundenstart wie gerufen. Es ist halt extrem wichtig, dass wir einen positiven Rückrundenstart erwischen. Wir haben natürlich Punkte gelassen, gerade zu Ende der Hinrunde, was halt bedauernswert war. Weil wir uns eine sehr, sehr gute Position erarbeitet haben bis Anfang November. Und dann haben wir halt ein paar Spiele nicht so gepunktet, wie wir uns vorgestellt haben. Und deswegen sind wir in der Situation jetzt, dass wir über den Strich stehen. Gar keine Frage. Aber wir wissen ganz genau, dass es halt sehr, sehr, sehr gefährlich ist da unten. Und deswegen ein positiver Start in die Rückrunde gegen Magdeburg wäre halt enorm wichtig für uns. Die Magdeburg City-Com Arena ist bei Heimspielen mit seinen 25.300 Plätzen fast immer ausverkauft. Das weiß Fabio Federitti zu genau, hat doch die aktuelle Nummer 11 des FSV drei Jahre dort gekickt. Für ihn eine besondere emotionale Situation. Ja klar, dass man motiviert. Auch der Ex-Trainer ist da. Der Ex-Verein kennt noch den einen oder anderen dort. Aber schlussendlich, ich glaube, es wäre egal gewesen, was für ein Gegner jetzt da ist. Man freut sich einfach nach der Vorbereitung, endlich wieder Spiele zu bestreiten. Und ich glaube, da freut sich jeder hier in der Mannschaft, dass es endlich wieder losgeht. Dann ist es natürlich besonders, dass es gleich in so einem Stadion ist mit 20.000 Zuschauern. Da wird eine Stimmung sein. Bei jedem Zweikampf wird da mitgegangen. Und das motiviert auch eine Auswärtsmannschaft wie auch eine Heimmannschaft. Also wird ein ganz, ganz heißes Spiel dort. Dabei muss der gebürtige Lörracher zu Hause wie auswärts immer noch mit dem Prädikat leben, ein Mann zu sein, der ein Spiel entscheiden kann. Ich denke, ein Spieler kann nie alleine ein Spiel entscheiden. Da braucht es elf Mann auf dem Platz, die die Defensive zusammenhalten. Weil was bringt es denn, wenn ich dann ein oder zwei Tore schieße, wenn wir dann drei fangen. Also schlussendlich brauchst du alle auf dem Feld und besonders ich brauche alle auf dem Feld, weil alleine bin ich auch nicht stark genug. Stärke strahlt der FCM mit seinem variantenreichen Spiel nach vorn aus. Dem FSV fehlen beim Gegenhalten immer noch Hut und Jebel im Sturm, sowie Hertel und Hähne in der Abwehr. Ihnen wird ausreichend Zeit gegeben, ihre Verletzungen auszukurieren. Trotzdem heißt es an der Elbe sehr beweglich zu stehen und zu agieren. Also ich glaube, dass wir variabel genug waren. Wir haben 31 Tore geschossen, wir haben mehr Tore geschossen als Magdeburg zum Beispiel. Unser Problem war, dass wir viel zu viele Gegentore bekommen haben und auch zu viele Torchancen gegen uns zugelassen haben. Und das ist halt ein großer Manko gegen ihn, weil das war unser Problem. Da haben wir halt intensiv daran gearbeitet in der Winterpause. Und wir hoffen, dass wir halt gegen Magdeburg, gegen diese richtig starke Offensivmannschaft, halt zu Null spielen können. Am Rande der Pressekonferenz verriet Ennox noch, dass drei neue Varianten einstudiert wurden. Ob im Umschaltspiel, nach vorn oder im Abwehrverbund, ließ er allerdings offen. Funktionieren müssen sie nur. Alles klar war.